Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Roger. Jetzt alle zusammen, das ist der Roger. Ich meine, klar habe ich gute Launen. Ich werde zwar heute 35, aber ich werde sowieso ewig jung bleiben. Und der schönste Geschenk, das hat man sicher Del Potro gemacht, indem man Djokovic aus dem Olympia-Turnier gehackt hat. Und darum tröstet es mich auch darüber weg, dass Mirka mir heute Morgen 40 Kerzen auf eine Küche gemacht hat. Liebe Freunde von der Soccerlounge, Basel gegen IB am Mittwoch wird sicher die Vorentscheidung der Saison sein. Und die Gründe, warum wir gewinnen, ich meine, da könnte ich jetzt Dumbia, Janko, Steffen oder Delgado sagen. Aber ich meine, für die Berner Verteidigung so lange, da reicht wahrscheinlich auch der Bua oder der Hunziker. Ich werde sicher im Stadion sein oder mal schauen, ob ich den Pokal gerade überreichen kann. Und in dem Sinn, ciao zusammen. Happy Birthday, lieber Roger. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.